Sei immer sicher, dass du das ganze Feld wahrnimmst und nicht in irgendeiner Box feststeckst. Sobald du fühlst, du steckst in irgendeiner Box fest, öffne deinen Horizont. Öffne ihn. Er wird sich öffnen. Sonst frage einfach nach uns, wir helfen dir dabei. Okay. Die Freiheit deines Geistes ist das Wichtigste. Wenn du die hast und siehst, dass alles immer zur gleichen Zeit da ist und alles in diesem unendlich großen Raum da ist, da sein kann, als Möglichkeit existiert. Dann hast du Freiheit. Dann spürst du Freiheit. Du kannst dich dann zwar für einen Moment für etwas entscheiden, aber versteife dich nicht darauf. Lass es fließen. Wieder mal. Bleib nicht an irgendetwas hängen. Aus diesem unendlich großen, weiten Raum, in dem alles möglich ist. Abonniert MUS verme. Oh mein flown, wie sollst du Einfach mal disappear? Aus dem Lass es inspiriert, nur zu danken und schauen. An Aqua zu Beginnen. Auch deinen Körper solltest du zu einem gewissen Grad in die Freiheit bringen, indem du ihn dehnst und bewegst, körperliche Freiheit. Ansonsten hat es bei euch zurzeit dieses Wort körperliche Freiheit, einen bitteren Geschmack. Aber wenn du immer das ganze Feld an Möglichkeiten siehst, siehst du immer einen Weg, einen anderen.